Ich hoffe ihr seid genau so hyped wie ich und ich würde sagen wir machen es in 3 2 1 Jo Leute ich verlose 30 Nocturnus und zwar habe ich mir einen neuen Kanal erstellt Leute der heißt AvizRDW dort werde ich ab jetzt täglich livestreamen und hier werden ab jetzt täglich Videos kommen Leute und gerade verlose ich zum 10.000 Abonnenten Special einmal 30 Nocturnus Leute 30 Nocturnus ihr seht schon und diese haben dieses schöne Element was wir im Video gleich noch ansprechen werden Leute ihr seht es jetzt schon und alles was ihr dafür machen müsst ist Abonnent dieses und des anderen Kanal zu sein auf beiden Kanälen müsst ihr die Glocke anhaben der andere Kanal ist ganz oben bei den Kommentaren angepinnt dort werde ich auch jetzt livestreamen für die Leute die meinen Livestream verfolgen und Leute viel Spaß bei dem Video ihr müsst sonst noch das Video geliked haben und schreiben warum ihr gewinnen wollt und alles mit Hashtag AvizArmy in einem Kommentar viel Spaß bei dem Video und danke für alles Yo Leute was geht ab heute zum langersehnten Video wo ich meine Nocturnu auf das wirklich coolste Element Nachwasser mit Wasser keine Ahnung mache ich zeig euch erstmal die Ressource damit ihr wisst in welches Element es sich hier haben wird und zwar zack 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 waren wir das? waren wir das? manche sehen schon zack Naturfluss Leute und heute wird die Black Scar Leute auch auf Natur gemacht und wie gesagt Leute ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel ich werde nämlich 30 Stück an eine Person verlosen also checkt auf jeden Fall nochmal die Beschreibung ab falls ihr es nicht verstanden habt checkt die Beschreibung nochmal ab und Leute erstmal das schöne Prachtstück die Black Scar eine sehr starke Waffe kann ich wirklich nur sehen jeden empfehlen sie macht sehr viel Schaden auf kurze auf nahe Distanz auf lange Distanz auf ferne Distanz so ihr wisst bescheid sie ist ein Allrounder ihr könnt sie auf guten Stats auf jeden Fall rollen ich zeig's euch ganz kurz ihr könnt hier zum Beispiel ihr könnt Schaden Schaden und nochmal Schaden machen und ja ihr könnt insgesamt dreimal Schaden machen das ist ziemlich gut und jetzt Leute werden wir die Nocturno auf das Element Natur machen Leute ich hoffe ihr seid genauso gehypt wie ich und ich würde sagen wir machen es in drei zwei eins nice so Leute wir haben es gemacht sie ist auf Natur es hat so lange gedauert das Ganze zu farmen und ich hoffe es hat sich wirklich gelohnt und wir werden jetzt diese Nocturno auf jeden Fall einmal uns bauen und zwar im Brutal Leute ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Cut und ciao jo Leute wenn ihr den Discord schon dann kriegt ihr eine 58 Gewinnertex wer ganz kurz wer auf jeden Fall Bock hat im Discord abzuschicken dort verlosen wir übrigens momentan 1-6 Mala 2-6 Schatten später 2-6 Opsi 1-6 Brightcore 1-6 Sonnenkristall ich werde den Gewinner einfach sehr online ist dann in der Laufe dieser oder nächste Woche einfach anschreiben also wenn ihr gewinnen wollt checkt einfach die Discord ab seid ein einfach dort online und ihr könnt dann die Materialien gewinnen und für die Leute die denken das ist fake ich hab echt genug Zeug könnt ihr auch gerne mal abo traden bei mir traden und ja viel Spaß weiter in eurem Video so Leute jetzt sind wir hier mein abo train stumm steht was ihr auch in den nächsten abo train live streams auf meinem anderen Kanal finden werden tut wo ich auch dann die 30 Nocturnes verlosen werde mit Nature Element und auf dem Discord die ganzen anderen Sachen aber ist auch egal und zwar Leute werde ich nun meine allererste Nocturnum mit Nature Element bauen ich kann es gar nicht fassen Leute wir haben hier auch schon die Totengräber auf Wasserelement aber jetzt gibt es auch noch die Aviz Nock Leute Nock Aviz Black Scar von Aviz die Aviz Scar Leute ihr wisst Bescheid die Aviz Scar so nennen wir das Ganze einfach mal und wir würden sagen wir bauen die erste jetzt in 3 2 1 so Leute siehst du in der Herstellung und by the way wir haben hier auch den neuen übelst seltenen Skin den Geburtstenskin der ist mega stark hat Minigang, Granate und ich glaube sogar Kampfschrei oder ja ich glaube das müsste Kampfschrei sein und Leute da ist auch schon die erste Nocturnum oh mein Gott zack Leute schaut euch das Ding an dieses Monster hier macht jetzt extrem Schaden gegen Wasserzombies Leute also wenn ihr gegen Wasserzombies dagegen kämpft seid ihr auf jeden Fall stark damit im Vorteil so sieht es aus wenn sie schießt sie schießt so etwas dickere Patronen mit einem kleinen Nachlauf Leute und wie gesagt das ist eine mega kranke Waffe ich werde die Setz-of-Fu-Legip-Eye auf der machen und ich würde sagen Leute wenn euch das Video gefallen hat teilt es gerne und falls ihr mal solche Waffen braucht kommt einfach mein Abo Train Livestream auf meinen zweiten Kanal dort baue ich euch die Waffen zum Skizzenpreis und nun würde ich sagen Leute danke dass ihr zugeschaut habt schreibt mal eure Meinung zu der Nocturnum rein fändet ihr sie jetzt besser mit Wasserelement mit Feuerelement mit Energieelement ganz normal mit physisch also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Wasser und Natur und deswegen habe ich sie halt jetzt so gemacht und nochmal ein großes Dankeschön wirklich an jeden der mir das ermöglicht hat dass ich jetzt wirklich mir dieses Pack kaufen konnte es lag wirklich an einige Spender führt euch bitte gegrüßt schreibt gerne in die Kommentare rein ich mag hier euch alle mit dem Herz und Leute haut da rein danke fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Video und ciao wir sehen uns im nächsten Video